Musik 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 Bin ich jetzt doof? Was mach ich mir gebratenes Fleisch hin? Ja mal des Was macht der? Musik Ist doch Stamina Ja egal, haben wir uns kurz rein So Oh, falls wir immer unterwegs noch was Kommt her Massage Ja, wen haben wir denn da? Ja, ein ganz feiner, ne? Ah, ein ganz feines Tierchen Und hier auch Ah, guck mal, schöne Massage Hahaha Hahaha Merzieren Wer will noch ne Massage? Oh, Kacke, ich brauch Kacke, ganz wichtig Kacke, her mit der Wir kennen leider, wir haben ja das Problem Dass wir hier Noch kein Naturschützer sind Also keine Tiere selber bauen können Schreib dich damit ein Animal Faces, ja genau Mach ich, ich glaub mich in ihr Blut Was? Nein, natürlich nicht So Na, kommt her, Kinders Gibt auch Erfahrungspunkte für mich Also, trust me So Oh Ich weiß, was wir uns nachher gleich noch verarbeiten lassen Tiere bauen Tiere bauen Ja, ja, das geht Das geht, das geht Das geht, trust me Hallo? Ladybug? Bug Egg Oh, das ist okay Klammer 10 Das reicht noch nicht, wir brauchen mehr Mehr Tiere Ja, ja, Tiere kann man anbauen Das ist ja völlig normal Das ist anders wie im real life Das ist mein Teil mit Porsche Reset, trust me Das ist vollkommen in Ordnung so Immer ein bisschen gut wenn Zuschauer da sind Kann man ein bisschen Gerade wenn man so repetitive Aufgaben hat Mining oder sowas Kann man ja damit ein bisschen Äh, äh Leichter umgehen Aber wir müssen hier mal zum reden Hehehe Sooo 13 Er braucht mehr 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 Er braucht mehr Leder Helft ihm doch Mäh, ihr Schafe Mäh, ihr Schafe Mäh, ihr Schafe Bleib 3 Eurer Rasse Hey, das kommt nicht von Mir Das ist Ja Schwanzchen namens Babe Ja, der Herr kam der Text Ich hab das nie gefunden Aaaaaah Hallo, it's me you're looking for. So. So. Jetzt haben wir noch so schnell noch eins. Nein, denken wir erstmal kurz zurück. Ich möchte mal nach wie viel so verbrauchen. De 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 we brauchen we 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 ja, kommen wir gleich alle neuen, fertig. Wem brauchst du dafür? 13 Stunden, das passt. Und dann brauchen wir hier noch die Sitze. Äh, Holz und Leder. Oh, oh. Ich hab nur eins. Verdammt. Warte mal. Kann man das andere Tier draus machen? Ah, doch, das geht. Gut, dann müssen wir warten, bis das... fertig ist. Ähm, wir brauchen noch Holzplanken. Zwei Stück für jeden Sitz. Müssen wir heute einen Auftrag geben. Das heißt, wir müssen hier noch kurz Holz hacken. Äh, Woodenboards, Craft, alles. Wir brauchen noch Power Stones. Zum Glück haben wir da welche gefunden. Ne. So. Ja, einen. Und dann muss da auch nochmal einer rein. So. Hä, es ist jetzt alles fertig? Ja, danke. Was haben wir davon gemacht? Bisschen übertrieben. Und ein kleines bisschen. Heilige. Scheiße. 30 Stück, das geht aber. So, die Wolle können wir verkaufen. Äh, ich muss kurz einsortieren wieder. Sekunde. Mh, warte mal. Naturzeug zwar hier, ne? Da können tatsächlich aber auch die Knochen dazu. La, 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 la. Äh, das behalten wir mal noch. Äh, das gehört auch noch dazu. Das müssen wir anbraten. Da brauchen wir aber Salz dafür. Salz, Salz, Salz. Sag mal, Salz war oben in der Kiste drin, ne? Ja. Hallo? Give me Salz. That's mine. Ähm, ne, warte, das lassen wir drin. Das brauchen wir morgen eh gleich. So, dann können wir aber das hier noch reintun. Sand, äh. Ja, fort mit. So. Dann tun wir das auch noch kurz da rein. Wir nehmen es mal auf. Für schlechte Zeiten. So, Crafting. Roasted. Wie viel brauche ich denn dafür? Maximum 5 mache. Weg, gell? Ach, da kann ich eh immer noch 5 machen. So war es ja. Dann dachte ich so, hä? Why? So, dann müssen wir auch ganz paar Bäume fällen. Oh, ist aber spät schon. Das geht doch schnell. Da, da, da. Da haben wir bald ein Auto. Ja, Auto. Wuhu. Ach, ich freue mich. Boah, können wir rumheizen. Neap, neap. Voll geil. Voll geil. So. So. Da kommt das Fiberzeug raus, ne? Das brauchen wir nicht. Ja, Blend Fiber. Ne, ne. Da haben wir ja 200. Wenn wir es brauchen, dann bauen wir es ab. Und jetzt aber gut. Jetzt können wir mal Hayabubu machen. So. Äh, nachfüllen bitte. Dankeschön. Komm, schlafi. Dann geht es morgen ran an die, äh, Dings bauen. Äh, wie heißt es nochmal? Ähm. Äh, eins Autofahrens. So. Raus mit uns. Schlafen. Äh, Autofahrzeit. Schon wieder pisst's? Ernsthaft? Jetzt reden wir so oft durch. Das ist schlimm. So. Sechs Stück brauche ich. Warte, wir hatten doch irgendwo noch eins. War das in der Kiste? Ne, wo hatte ich das? Ja. So. Dann machen wir jetzt noch die Sitze. Gut, gut. Dann, äh, ja, das, das cancel jetzt mal. Ja, danke. Ich brauche da einen Quality Lover. Feuer. Ja, gib ihm. Ich brauche den für eins. Boah, zweieinhalb Stunden, echt jetzt? Boah, ist aber hart. Puh, naja, okay. Was willst du denn machen? Zwischenzeig immer ein bisschen Holz hacken. Äh, Holzzeig war hier. Warte, das gibst du mal gleich wieder her. Das brauche ich. Äh, das muss ich mal anders einordnen. Und. Achso, der ist gar noch dabei zu machen, ne? Nö. Ach, weil ich nicht mehr Fleisch habe. Brauch vier Fleisch dafür. Ach du Scheiße, jetzt hab ich's kapiert. Oh Gott. Äh, Inventar. Äh, was muss noch weg? Das Zeug, okay. So. Und das eine noch mal noch klein mit. So. Und dann abholzacken. Go, go. Powerholzacker. Dann kann man ein Auto gleich. Oh, ich freu mich. Hey, mach kaputt. Alter. Dankeschön. La, la, la. Autofahren. 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 Wir sind ja nicht ganz schnell unterwegs. Ah, schön. Ich hoffe, ich hoffe echt, das verbraucht kein Treibstoff oder sowas. Von scheulich. Äh, wobei, wir können da mal was craften dafür. Oder? Oh nein, wir müssen Powerstones reinmachen. Oh, das könnte sein. Das könnte aber echt sein, dass wir noch Powerstones reinmachen müssen, ne? Dann kommt mir die Frage, wie lange so ein Powerstone hebt. Ich hoffe, der Entwickler war großzügig. Weil das wäre jetzt echt halt widerlich. Das wäre halt echt assi. Wenn das halt so am Tag da, wenn wir einen Tag lang rumheizen, ein Powerstone werfen. Fug. Das wäre heftig. Das wäre richtig heftig. Wir müssen kurz gucken, was die Axt braucht zum Upgrade. Axt war Spitzhacke. Den brauchen eigentlich die Spitzhacke öfters, ne? Upsa. So, meine Kinderspielen braucht ihr noch. Check it out. Null Tage, ja, 16 Stunden ungefähr. Sehr gut, 16 Tage noch. Okay, passt. Lass dir ruhig Zeit beim Wachsen, Kleiner. So, jetzt haben wir kurz zurück. Hast du fertig? Nee, aber gleich. Drei, zwei, eins, null. Zack. Craft. Seeds. Zwei Stück. Konfirm. Nice. Heiliges Auto. Geil. Hä? Wie jetzt? Wie, ich kann es nicht fahren? Verarsch mich nicht! Ich kann es nicht fahren. Nein! Ich kann es nicht fahren! Wieso denn? Das ist nur Deko! Ich habe die ganze Arbeit vom Land gemacht! Verarsch mich doch nicht, weshalb ich so ein Schiff von A nach B komme! Nein! 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 hier nicht rumheize ich kotz grad wir haben eins gebaut wir wurden soll spieler fünf tage das portion system we need of a tree heißt es so wichtig die transport die rede ist ja von free halte ich wollte drei stück vor körperbläts machen was ich habe mit dem auto nicht fahren ich krieg ein krampf wisst ihr euch schon abgefuckter aufwand war ja natürlich wisst ihr das schon dazu bei mir gehen gerade voll die lichter aus ich habe gedacht egal das kann ich rumholzen mit dem teil weil ihr die strecke des zorns auf dich war okay machen was sinniges der kassette kann ich aus dem zeug machen ich kann ich kassetten bauen gut hier nicht ein robber fruit ja okay gut kann man machen machen wir das hoherwertige so einmal weil ich jetzt das hoherwertige von den zwei schule lautsprecher brauchen wir noch habe ich das lautspeaker habe ich halt nicht dann sagen wir erstmal das zeug zusammen in der anderen mine ich kann mit dem auto nicht ver- nee kann ich selber machen blue lever neun stück also wie kann ich blaues leder hersteller erklär mal from loot was ist denn da für killer alter boah nö man ist diese mörderstrecke überwinden wie warte ich bin auch kurz so frei ich habe mir die wiki speichern soll auf auf ein lesezeichen meine time mit porsche wiki genau fandom wiki ja ich weiß ich muss gerade nachschauen aber äh so du verwerbung eheh so lever 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 horn blue lever lever use crafting loot from hunting slurpee Was ist Slurpee? Hä? Ich hab mal einen Slurpee gekillt. Spawn unless winter. Okay. Can be fun of the cows up closer. They spawn from there and like to create. Zwischen 15 und 1 Uhr. Okay. Gut. 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 Und zwar da unten in dem Gebiet hier. Was, was, was wolle die? Little Tree Farm. Ja, ich weiß. Ich brauch's blaue Leder. Wartet mal. War ich da echt? Mann, hab so ein Vieh gekillt? Wär möglich. Aber ich bin echt enttäuscht. Irgendein Fortbewegungsmittel brauchen wir doch. Ich kann noch nicht permanent rennen, Mann. Die sind ja ein bisschen Jahrtausende unterwegs. Natürlich, unten waren wir ja mal. Da waren wir so ein Vieh. Okay. Okay. Okay, jetzt bin ich überrascht. Was hüpft denn da rum zum Henker? Hallo, Ladies. What are you doing? Oh, der wird 20. Gib ihm. Ah, die droppen Gold. Und die geben XP wie solche. Au. Muss auch was, das ist mir so fit, oder? Ah, nur Miet. Au. So. Damit ihr auch ein Stuff. Da krieg ich das also dann her. Ah ja. Okay. Ist gut zu wissen. Vor allem Level 20. Muss die XP geben, wie Sau. Ich finde es halt nur scheiße, wenn ich dran stehe. Wie viel XP? Okay. 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 So. Wo ist das blaue? Nee. Ach, ich weiß. Es ist immer aus den Singsmal herbekommen. Äh. Wo dieses Festival war, ne? Das heißt, ich kann mir das eigentlich gerade erstmal sparen. Ist das nur im Wintergirn? Hm. Das heißt, wir können eigentlich erstmal den Biedenlautsprecher bauen. Schallplattenspieler. Naja, gut. Aber Alter, ich soll drei Autos bauen. Für einen Auftrag. 1800, 600 von den Karten. Das ist so ein Dreck. Vor allem, wir kommen jetzt ein Smart Engine gefunden. Das ist schon verdammt undankbar. Hm. Aber vielleicht ist es auch so. Na, schnell reißen. Hm, ich verlege gerade. Wäre aber doof. Wenn ich hier selber rumfahren. Da bin ich jetzt ein bisschen, ne, da bin ich echt ein bisschen täuscht. Ich dachte so, yeah, Autofahren, Autofahren, yeah, scheiße was. Äh, man, 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 man. Kann nie. So. Und ich will einen Kart banger, man hat Bandana. So. Hier, für dich, für dich. Und das auch. Kacke. Ad seats. haben ja so was war für das billige ist ja das gute da waren wir mal ein chip das haben wir ja für die lautsprecher blue lever also vor allem neun stück das ist so bescheuert naja dann bauen wir halt denn das können wir die spulen haben wir meines wissens noch nicht wissen können wir die bau und mehr baukarte copper war ja iron bar ok da brauchen wir das kopf auf jeden fall da sind die eisenbar nicht doch gehört das ist auf jeden fall brennen das steht fest brauchen mehr davon einen tag das ist ein tag 15 perfekt dann kann ich das körper war erst machen warte wie braucht man egal machen wir zehn so viel spaß so dann kommt jetzt mal wieder zurück heute okay jetzt heute Auto Plank. So, was noch? Copper Blade, Copper Coil. Copper Coil. Copper Coil. Copper Blade. Keine Ahnung. Coil. Copper Coil. Copper Bar auf jeden Fall. Nö. Keine Ahnung. Besser mal warten, bis das andere Ding fertig ist. In 10 Stunden. Wobei, wir können eigentlich Hardwood Planks produzieren. Äh. Zip. Zip. Mach mal 10. Ich dachte schon, was ist denn was? 20 Stunden für den Tag geht's. Perfekt. Dann haben wir da ein bisschen was auf Vorrat einfach. So. Was können wir noch machen, theoretisch? Wir können da noch einschmelzen und warten. Ja. Mehr nicht. Super. Und wir können Holz fällen. Yay. Holz fällen. Ja. Ja. Beschäftigung. Crafted tool. Talk to the plants. Ich weiß nicht mal, wer die Plants sind. Was weiß ich mal nachschauen? Durchlesen. Na komm schon. Dankeschön. Oder wir craften uns. Ach, wir craften uns jetzt einfach eine bessere Axt. Ich bin frustriert. Ich kann das Auto nicht... Das ist doch Käse. Wozu gibt's denn Autos und Flugzeuge, wenn ich sie nicht nutzen kann? Why? Glauben wir die ganze Zeit. Was geht bei euch schief? Drei Eisenbahnen und zwei Upgrade-Kits. Hat er noch offen? Ne, der hat nicht mehr offen. Okay, scheiß drauf. Upgrade-Kits kaufen. Morgen. Äh, kost 1,2,50. Ja, das kriegen wir zusammen. Können irgendwas verticken. Mann, 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 Mann. Das heißt, wir werden hier ewig rumlaufen müssen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist halt merkwürdig. Das ist schon doof. Ja, geh kaputt. Du auch hab. So. Will auch, dass du kaputt gehst. So. Müsst jetzt alle kaputt gehen, wenn ich Bock drauf hab. Ich lasse mein Frisch an euch aus. Ja, ihr seid dran schuld. Ah, mit Tieren wird er schlachten hier. Ja, das kann er. Aber nicht Autofahren. Das darf er ja nicht. Warum nur? Dann kann ich auch später ein Flugzeug bauen. Das bringt mal nix. Danke. Ich glaube auch, dass wir das Mission schon sinnig sind. Ich glaube, die fallen nicht ab. Drei Small Engines, Alter. Da kann man wieder tagelang in der Mine Zeit verbringen. Weil es mit dem Scheiß rumärgern. Das zum Heulen. Ich hab eigentlich die ganze Zeit Bock in der Mine rumzulaufen. Ich hab gedacht, wir können ja ein bisschen hin- und hertüsen und alles. Aber ich vermute mal, ähm, soll ich das rausgläser, dass das eine für Transport zuständig ist. Also, ja. Vor allem ist es sechs Stück für den Scheiß-Kerrer-Bauer, ne? Sechs Stück. Was zur Hölle, Mann? Äh, naja, von mir aus. Ja, komm, hau nein. Wennerst du wenig davon. Böh, he, 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 he. Fünf haben wir gerade mal. Ähm, hast du schon alles fertig? Ja. Drei Stück. Dann brauch ich jetzt die Eisenbahn. Sup. Sup. Äh, ein nur. Okay. Ein kleiner? War es noch einer, was wir da brauchten? Koppelkoll, ne? Wir brauchten zwei. Ah, wir müssen warten, bis wir fertig sind. So, wir wollen mal 21, 23, 23. Ja, komm, wir gehen Haia-Bubu machen. Tag ist eh durch. Hast du jetzt wirklich aufgehört mit dem Regnen? Oh ja, wenigstens etwas. Dankeschön. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. So. Copper coil. Einen, ja. Fertig. So, was noch? Copper blade, neun Stück. Ah, okay. Hab ich noch so viel? Allt, falsche Kiste. Ne, ich hab nur drei. Na, schon mitnehmen. Da kann das Schneidwerk was, ne? Ja, hör mal auf. Mach das hier. Sinniger. Dann braucht er einen Powerstein, sonst geht er gleich leer. Ich glaub, ich lass die Lämmen-Inventar drin. Schlimm. So. Dann kommt das auch da rein. Jetzt kommt er da rüber. Haben wir für den Tierly. Das könnte man nicht auch nicht verkaufen. 22. Aber ich behalte es mal. Wir brauchen es später. Äh, da war ich. Hm, refill. Ein, danke. So, dann kommt das wieder rein. Kommt das wieder rein. Ist eigentlich da reingeschmissen, ne? Wobei, doch. Mach ich da drin. Also. Bearbeitest Material. Äh, war das nicht noch das, was wir brauchen? So. Redrive? Nö. Oh, die Copperdinger. Zum Glück hab ich die grad noch. Hehe. So. Äh, warte mal. Warte mal, 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 warte mal. Können wir irgendwas verkaufen, groß? Wollen wir jetzt irgendwas am Start? Wie sieht's mit euch aus? Harvest. Braucht noch einen Tag. Braucht noch einen Tag. Braucht noch ein bisschen anderes. Tage. Ähm. Aber wir können da noch ein paar Sachen anpflanzen. Iron Pot. Wo war denn das Zeug? Hier. Small Planter. Drei Soil. Also Kacke. Kacke. Soil. 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 Und Holz. So. Zwei Stück. Craft. Feuer. Dankeschön. So, dann kann Soil wieder zurück. Kommt hier rein. Kacke kann wieder zurück. Kommt hier rein. So. Dann braucht man dich. Hä? Achso, das geht. Ich dachte gerade. So, ob es so rot war. Das geht nicht. So. Aussehen. Aussehen. Und aussehen. So. Wunderbar. Ah, das war noch 21 Stunden. Ja. Okay. Scheiß drauf. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Dann machen wir doch die Spitze. Okay. Ich weiß es nicht. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mir einen Auftrag annehmen. Können wir es mal kurz genau durchlesen. Vielleicht finden wir da eine sinnige Lösung für. So. So. Untertitelung. BR 2018